Hallo und willkommen bei blenderdiplom.com. Ich bin Gottfried Hofmann und erstellt wurde das Tutorial von Frederik Steinmetz. Das ist eine Einführung in den Lux Render. Das ist ein optionaler Renderer für Blender, der unbiased ist, also beinahe so ähnlich wie Cycles. Und damit hat man einige mehr Möglichkeiten gegenüber dem Blender internen Renderer, wie z.B. Meshlights und Caustic. Außerdem habt ihr Sunlamps und Skies. Falls ihr noch nie mit Lux gearbeitet habt, vor allem nicht beleuchtet, dann solltet ihr anfangen mit einer Sunlamp und Sky. Und dort gibt es die Einstellung Turbidity. Die kann man sich vorstellen als Dichte der Wolken am Himmel. Also je höher ihr den Wert einstellt, desto weicher werden die Schatten. Und 2 ist immer noch ziemlich harsch. Bei 10 wird schon deutlich weicher. Also hier unten der nicht so helle Schatten auf dem Bild ist der weiche Schatten von der Turbidity von 10. Ok. Das ist also das Skylight. Nun löschen wir das mal und da oben ist, sehe ich gerade, eine weitere Lampe. Die haben wir vergessen. Also weg damit. Da kam wohl der härtere Schatten. Der weiche kam von der Sunlamp und dieser dunklere, der harthärtere, der kam von dieser anderen Lampe, die eben noch Default Einstellungen hatte. Man kann natürlich immer noch Spotlamps, Hemi und Area benutzen. Also genau wie im Blender Internal. Am häufigsten werden Skylight benutzt und Meshlights. Das zeigen wir euch jetzt mal. Beim Luxe Render müsst ihr mit Meshlights sehr vorsichtig sein. Die beleuchten nämlich nur in eine Richtung. Entlang der Normale. Also man hat es hier schon ein bisschen eben gesehen. Im Blender gibt es mehrere Möglichkeiten herauszufinden, in welche Richtung die Normalen zeigen. Zum Beispiel über GLSL Shading oder bei Multitexture auf Texture Solid gehen. Im 3D View seht ihr dann nur die Seite mit der normalen. Die andere Seite erscheint durchsichtig. Und das können wir in dem jetzt mal schauen. Die andere Seite ist durchsichtig. Sprich, die normalen zeigen in die falsche Richtung. Ihr könnt da unten auch die Transform Orientation auf normal einstellen. Dann zeigt der blaue Pfeil in die Richtung der normalen. Und am einfachsten ist, indem ihr sie einfach anzeigen lasst. Das findet ihr unten unter Normals. Jetzt stellt auf diesen Normals. Und dieser blaue Strich da ist nun die normale. Also wenn wir die jetzt flippen auf die andere Seite, dann zeigen sie richtig und in die Richtung wird das auch jetzt das Licht leuchten. Aber zuerst müssen wir der Plane noch ein Material geben. Das können wir bei MET belassen. Und darunter findet sich Lux Render Emission, wo ihr dann auch Einstellungen wie zum Beispiel Gain und Power, die grundsätzlich die Stärkeregelung findet. Okay. Jetzt können wir dem Monkey auch ein eigenes Material geben. Lux Render hat da sehr viele Materialien mit Presets. Das heißt, ihr könnt erstmal ein wenig herumprobieren. Ein komplexeres Material könnt ihr demnächst in einem Mantis Tutorial auf Blendediplom.com anschauen. Das war's damit auch eigentlich schon. Und lassen wir die Sache doch einfach mal rendern. Falls ihr Schwierigkeiten habt, zum Beispiel wenn Lux nicht starten möchte, dann ist es meist nicht so einfach den Grund herauszufinden. Und da gibt es eine Möglichkeit an Infos zu kommen. Und zwar unter Help schaltet ihr die System Console ein. Und da habt ihr jetzt eine Liste an Informationen. Und da jagt gerade einiges über die Liste. Und die Flut könnt ihr ein wenig eindämmen, wenn ihr die Lock-Vorpositive reduziert. Zum Beispiel auf Quiet. Oh, da kommt immer noch einiges. Das niedrigste Level ist Very Quiet. Und jetzt soll eigentlich nicht mehr so viel Infos sein. Ah, es zeigt immer noch einiges. Und das liegt am Material, das updatet. Aber grundsätzlich könnt ihr so einiges herausfinden. Wenn Lux nicht startet, könnt ihr ganz einfach F12 drücken. Und dann sollte sich in dieser Datenflut irgendetwas ändern. Und ihr könnt dann durchscrollen. Und ein paar Informationen sollten erscheinen. Es kann zum Beispiel sein, dass in der Szene keine Lichtquelle vorhanden ist. Selbst wenn ihr die nicht irgendwie löscht, kann es mit Mesh-Lights ganz einfach passieren. Zum Beispiel, ihr drückt H, um die zu verstecken. Jetzt sollte das Mesh zwar immer noch exportiert werden. Aber der Lux-Render wird sich denken, das wird nicht angezeigt. Warum sollte ich das rendern? Und hier könnt ihr nochmal einen schönen Schatten sehen, der über Mesh-Lights entsteht. Sehr schön. Eigentlich fast genauso wie in Cycles. Nur rendert etwas länger. Und jetzt zur letzten Methode der Beleuchtung. Das ist HDR-Lighting. Diese Form der Beleuchtung ist zwar etwas prozessorintensiv, aber dafür bekommt ihr eine sehr natürliche Beleuchtung. Ihr benutzt dafür ein Bild, das auf rund gemappt ist. Also eine Art Kugelbeleuchtung. Und die hellen Stellen sind dann Belichtung. Und die dunklen, ja, da leuchtet halt kein Licht. Und damit könnt ihr sehr, sehr einfach eine realistische Beleuchtung bekommen. Und wenn ihr ein Material benutzt, das Reflektionen unterstützt, dann reflektieren diese Beleuchtungstexturen auf eurem Modell. Und das sorgt natürlich nochmal für mehr Realismus. Und hier sind ein paar Beispiele für solche Texturen. In der Beschreibung findet ihr einen Link, wo ihr sie herunterladen könnt. Und ich habe das rechts da oben benutzt. Schauen wir doch mal, wie das jetzt aussieht. Die Benutzung ist ein bisschen unintuitiv. Ihr müsst eine Hemi-Lichtlampe benutzen. Und dort findet ihr dann HDRI-Map. Und dann könnt ihr die einfach auswählen. Ah, nehme ich nochmal diese hier. Und ja, der Affe bekommt jetzt mal ein Glossy-Material. Oder Shiny-Metal. Ja, Shiny-Metal. Wenn wir das jetzt rendern, sollte die Textur auf dem Affen erscheinen. Ja, es hat funktioniert. Es wird reflektiert im Affen und die Beleuchtung kommt von diesem HDRI. Also aus dieser Textur eine sehr gute Möglichkeit, einfach eine Szene hochwertig auszuleuchten. Auch wenn das etwas mehr Prozessor braucht. In der VFX-Branche werden diese HDRI-Maps häufig benutzt. Da wird dann von der realen Szene ein HDRI-Map gemacht. Und in der virtuellen Szene kriegt man sozusagen das gleiche Licht wie in der realen Szene. Sehr, sehr praktisch, wenn es um Realismus geht. Das war es dann jetzt eigentlich schon mit der Beleuchtung in Luxe. Als nächstes gibt es ein ausgefeiltes Materialien-Tutorial. Da wird eine Mantis erstellt. Viel Spaß auf blenderdiplom.com Und keep blendering!